Kim Gloss feiert heute ihren 21. Geburtstag und scheint sich ein ganz besonders voluminöses Geburtstagsgeschenk gemacht zu haben. Ja, ja, Kim Gloss ist kein kleines Mädchen mehr. Die Verwandlung, die sie in den vergangenen Jahren und vor allem in den vergangenen Monaten hingelegt hat, ist nicht zu übersehen. Vorbei sind die Zeiten, in denen sie ein bisschen pausbäckig und mit dunklen Haaren in die Kameras lächelte. Erst verschwand der Babyspeck und das rasend schnell nach der Geburt von Amelia. Dann wurde sie immer brauner, ihre Haare gleichzeitig immer blonder. Und schließlich hieß es dann auch, bye bye Rocco Stark. Seit der Trennung scheint Kim richtig aufzudrehen, zumindest was sexy Selbstporträts mit dem Handy angeht. Dabei stechen vor allem zwei Dinge ins Auge, ihr Schmollmund und die zunehmende Styling-Ähnlichkeit mit Sylvie van der Vaart. Hübsch ist Kim Gloss, ohne Frage. Ein bisschen weniger Duckface und künstliche Bräune würden sie unserer Meinung nach aber noch hübscher machen.